Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micky. Hallo. Und Micha. Moin. Ja, hallo an die versammelte Runde und... Ach, ach. Langsam fühle ich mich wie so ein Papagei, aber unser Hauptthema ist mal wieder Japan und der Ausnahmezustand. Yay. Den es nicht mehr gibt. Und doch im Prinzip nie gegeben hat. Ja. Damit hast du leider recht. Ja, Japan hat den Aufnahmezustand für 39 Präfekturen aufgehoben. Huhu. Und die übrig gebliebenen Präfekturen fahren ihr eigenes Ding, um sich wieder zu öffnen. Also genau genommen gibt es keinen Ausnahmezustand mehr. Gab es sie niemals? Naja, es war ein Ausnahmezustand mit Ausnahmen, also... Nein, ich fand es ja Ausnahmen mit einem kleinen Ausnahmezustand. Ah, wir könnten echt Stunden darüber reden. Ich glaube, wir würden eine tolle Kombination finden. Oh ja. Ja, es ist irgendwie ein bisschen skurril, also dass man sagt, dass erstens nur 39 von 47 Präfekturen wieder aufmachen dürfen und die restlichen Präfekturen sagen, oh ja, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Vielleicht zur Erklärung, wieso es nur 39 nicht sind und 47, die restlichen sind praktisch die Gebiete, die besonders stark getroffen sind. Also die haben dann halt weiter noch ihren Ausnahmezustand. Weil halt die Infektionsrate da noch so hoch ist. Wenn halt ein gewisses Maß runtergegangen ist, dann würden die wahrscheinlich auch einfach wieder aufmachen. Aber ja, es ist sehr merkwürdig irgendwie. Eben, also Osaka zum Beispiel ist weiterhin gesperrt, hat aber jetzt angekündigt, dass jetzt wieder Geschäfte öffnen dürfen. Auch andere Präfekturen, in dem der Ausnahme-Ausnahmezustand noch besteht, haben damit angefangen. Also es wird halt weitergeraten, Leute, seid bitte vorsichtig, macht Social Distancing und etc. Ja, aber im Prinzip kommt das normale Leben halt zurück. Nur mit ein paar kleinen Einschränkungen. Ich meine gut, das war ja eigentlich nie weg. Ja, ich finde es so skurril, weil im Prinzip hat man nichts gemacht. Man hat halt den Leuten geraten, ich will zu Hause bleiben, das wäre ganz cool. Aber man hat halt niemanden dazu gezwungen. Man hat nichts wirklich Gesetzliches so richtig durchgeführt. Sondern die meisten haben halt, also auch wenn Geschäfte geschlossen haben, haben die meisten das auf eigene Verantwortung gemacht. Aber ganz kurz, wenn ich mal unterbrechen darf. Es hat sich in Japan allerdings eine sogenannte Social Distancing-Polizei gebildet. Ja, es ist tatsächlich ziemlich heftig sogar, weil die Leute haben sich einfach gegenseitig angeschwärzt. Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal. Richtig, aber sie machen es halt in Social Media mittlerweile öffentlich, wenn irgendeiner gegen irgendwas verstößt. Also ich weiß nicht, ich sitze da gerade mit fünf Leuten im Park oder so. Und das hat mittlerweile ziemlich Überhang genommen. Also da ist so wieder dieses Ding in Japan bloß nicht auffallend, wir halten uns lieber dran, sonst ist einfach verpetzt. Wahrscheinlich funktioniert das wohl so gut. Naja, wobei auch zumindest in Tokio die Polizei abends lang gelaufen ist und halt die Leute darum gebeten hat, doch bitte sich daran zu halten. Und ich meine, ich denke, in Japan hat man noch ein bisschen mehr Respekt vor einer Gruppe Polizisten als in anderen Ländern. Von daher vielleicht hat es auch so ein kleines bisschen geholfen. Naja, die haben ja auch keinen Attila Hildemann, ne? Ach, ich wünschte, du hättest den Namen jetzt nicht genannt. Was denn? Ich warte immer noch auf die NWO, Menno. Jetzt alle so schweigen, ja, das sind wieder Themen, die haben wir so nebenbei im Podcast. Wobei, wetten, dass wir nächste oder übernächste Woche über eine Hygiene-Demo schreiben müssen? In Japan? Aber in dem Fall dann wirklich Hygiene, dann gehen sie wahrscheinlich mit die Stadt putzen, im Gegensatz, wie das bei uns so ist. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kennen ja Japaner mit Demos und wenn sie mal demonstrieren, dann ist das erstens ziemlich selten und zweitens meistens auch nicht unbedingt eine sehr große Aktion. Und dann wird so demonstriert, wie das Weihnachten abgeschafft werden soll oder so eine Sache. Ich denke, man kann wenigstens sagen, dass die Japaner es irgendwie ein gewisses Maß verstanden haben, dass das eine Situation ist, wo man sich vielleicht an die Regeln halten sollte. Weil, auch wenn wir zu Anfang ziemlich oft davon berichtet haben, dass nicht sehr viele Leute sich daran halten, hat sich das ja mittlerweile ziemlich gebessert. Also, die Bewegungsmuster von den Menschen sind ja wohl zurückgegangen und es arbeiten wohl auch mehr Leute jetzt zu Hause als vorher. Also, in Tokio sind es 63 Prozent, die jetzt im Homeoffice arbeiten und Tendenz steigend. Ich denke aber auch, Japan nutzt das Ganze ein bisschen als Chance, den Arbeitsstil zu überarbeiten. Also, sprich, normalerweise kennt man das ja klischee-technisch, in Japan rennt halt jeder ins Büro und so weiter und so fort. Und eigentlich ist die Regierung aktuell ganz froh drüber, weil sie ja sowieso den Arbeitsstil oder die Art zu arbeiten reformieren möchte. Und da kommt ja das natürlich ganz gelegen, dass halt Homeoffice gefördert wird. Denn es hat ja gleichzeitig auch damit zu tun, wenn Papa und Mama arbeiten müssen, dann muss Kind halt irgendwo abgestiepelt werden oder man schafft sich halt eben kein Kind an. Und die Regierung hofft natürlich, dass das Ganze jetzt die Situation dementsprechend ein bisschen erleichtert. Denn ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast, die Geburtenrate ist immer wieder nach unten gekachelt. Und von daher nutzt Japan das schon ein bisschen auch als Chance. Es ist ja auch eine Chance. Also, das darf man natürlich nicht vergessen. Telearbeit ist nicht unbedingt für jeden was. Also, manche Arbeitsbereiche funktionieren wahrscheinlich wirklich besser, wenn sie im Büro stattfinden. Aber allgemein könnte das eine sehr große Entlastung für Japan sein. Vor allem auch für den Verkehr, wenn wir mal uns erinnern, Rush-Hours in Tokio machen überhaupt keinen Spaß. Oh nein. Und auch in Bezug auf die Olympischen Spiele, die hoffentlich ja doch noch stattfinden, könnte man ja jetzt sich schon darauf vorbereiten. Weil ich glaube, man hatte ja vorher schon geplant, dass für die Olympischen Spiele Leute eher zu Hause arbeiten. Aber das Ergebnis wäre nicht so wünschenswert gewesen wie vorher. Ich sehe das Ganze tatsächlich, also das vielleicht mal ein bisschen seltenere Fall, ein bisschen pessimistischer noch als zumindest du, Banks. Ich bin mir noch nicht sicher, wie Micha dazu steht. Aber ich muss sagen, ich glaube noch nicht so ganz dran, dass das bei den Japanern so richtig angekommen ist. Das wird immer noch alles ein bisschen zu flapsig genommen. Und ich glaube auch gerade, dass man halt jetzt wieder das alles aufhebt mit diesem Ausnahmezustand. Auch wenn der letzten Endes nicht viel bedeutet hat, ist es immer noch, ich sage mal ein Wort, was Bedeutung trägt. Beziehungsweise, dass es überhaupt quasi erhoben wird. Und ich glaube dann, das bringt den Leuten schon quasi die Situation näher. Und wenn man das halt jetzt alles direkt schon wieder abschafft nach nicht mal einem Monat, glaube ich, oder vielleicht ungefähr einem Monat, dann lässt man das so wirken, als sei das ja alles gar nicht mal so schlimm. Ja, also ich glaube, bei den Leuten ist das schon mittlerweile angekommen, dass halt ein Virus da ist und das Ganze ein Problem ist. Natürlich hast du da auch Leute, die halt sagen, ach komm, völlig egal, Virus ist Virus, fertig. Ähm, und ganz oft gesagt, ich befürchte eher, dass die Diskriminierung, ähm, plus, also halt dieses gegenseitige Aufpassen, Anschwärzen, etc. und so weiter, dass das halt jetzt einfach nur noch schlimmer wird. Weil, ähm, jetzt hat man halt eben einfach keine Beschränkungen mehr. Und, äh, trotz allem wird ja immer noch geraten, hey Leute, passt bitte weiter auf. Und der Virus, es dauert halt alles noch so eine ganze Zeit, bis wir über dem Berg sind und so weiter und so fort. Und, ähm, wir erleben ja jetzt schon eine ziemliche Diskriminierung, so von Ärzten, ähm, medizinischem Personal, ähm, Menschen, die halt durch die Gegend reisen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das bleibt bestehen, wenn es, und es wird wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden. Da gehe ich mir tatsächlich ganz stark von aus, dass sie halt, so nach dem Motto, wir passen jetzt halt selber auf unsere Gesellschaft auf. Und, äh, naja, wir wissen, was das in Japan bedeutet. Ja, Selbstjustiz ist in der Hinsicht, denke ich, schon ein Problem. Aber ich würde auch wieder hingegen auf der anderen Seite einwerfen, dass es immer mehr größere Kampagnen gibt, die versuchen halt aufzuklären. Also klar, die Regierung selbst versucht natürlich so ein bisschen mitzuhelfen, also vor allem beim medizinischem Personal. Aber es gibt jetzt sehr viele größere Unternehmen, die sich da halt einbringen. Und, äh, wie das halt so ist, auf, weiß ich nicht, größere Unternehmen achtet man ja eher, was die sagen, als wenn da Ministerpräsident sowieso steht. Ja, klar. Und daher, ähm, könnte es durchaus eine Verbesserung, also wahrscheinlich nicht landesweit, aber in einigen Regionen, wo wir sagen, mal, dass es besonders schlimm ist, muss das nicht, also, ich weiß nicht, dass zu sagen, dass das denn so schlimm wird dann noch, äh, hm. Ähm, ich glaube eher an eine Verbesserung, aber vielleicht bin ich auch einfach zu optimistisch. Yay. Wir werden es sehen. Genau. Ich glaube, was anderes kann man dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Hoffen wir einfach, dass es gut geht und die jetzt nicht alle übertreiben. Und, ähm, ja, vielleicht schaffen sie es. Ja. Was auch viele Leute sehen, sind sich selbst im Spiegel. Und dann denken viele, hm, da geht noch was. Da könnte man nochmal eine Schönheitsoperation machen. Der eine oder andere. Das war jetzt echt die beste Überleitung schlechthin. Ich stelle mir das gerade so richtig bildlich vor, du stehst ja vor dem Spiegel und denkst dir so, hm, nee, nee, nee. Da muss Neues präsentieren. Oh, nee, das geht gar nicht. Die Nase mit den Augen. Ich will dich nicht rasieren, ich brauche was Neues. Und zwar warnen Kliniken, Krankenschwestern in Japan, dass es zu einer steigenden Nachfrage von Schönheitsoperationen kommt und noch weiterkommen könnte. Denn jetzt, wo alle zu Hause sind und alle draußen so halt alle Masken tragen, da kann man ja mal eine Schönheitsoperation machen und keiner kriegt es mit. Kann man mal so heimlich machen. Ist die Nase geschwollen? Egal, ich habe einen Mundschutz drüber. Also man muss dazu sagen, in Japan ist eigentlich so früher die Zeit, wo tatsächlich sehr viele Schönheitsoperationen gemacht werden. Warum auch immer, ich meine, ich muss es jetzt nicht verstehen, ich bin auch so schön. Danke fürs Lachen. Sehr nett. Super. Das baut auf, Leute. Oh Gott, jetzt fällt mir noch ein viel fieserer Witz ein, den ich jetzt aber auch für mich behalte. Nein, danke. Ihr habt mich jetzt schon weit, meine Redaktion, immer dasselbe hier. Nein, aber es ist tatsächlich normal, dass die Zahlen ein wenig ansteigen und wir wissen ja, Asiaten haben das ja, da muss man hier ein bisschen korrigiert werden, da korrigiert werden. Das ist da sehr weit verbreitet, besonders in Korea vor allen Dingen. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dadurch, dass man eben einfach eine Atemmaske trägt, kann man halt sehr gut was verdecken. Also lässt man jetzt aktuell sehr viel machen und die Anmeldung für Schönheits-OPs sind in der letzten Zeit tatsächlich ganz schön nach oben geklettert. Ich verstehe das bei Asiaten nicht, also ohne jetzt irgendwie stereotypisch zu sein, aber im Durchschnitt sehen die eigentlich immer von den Gesichtsformen sehr angenehm, also sehr ästhetisch schön aus, im Gegensatz zu Europäern, die eher eine, weiß ich nicht, eine Knollennase haben. Ich meine, das ist ja auch irgendwo letzten Endes dein Geschmack. Ich glaube, das große Problem ist halt einfach, dass das Schönheitsideal noch ausgeprägter ist als bei uns. Ich meine, gut, bei uns ist so das typische Schönheitsideal irgendwo ein tolles Sixpack. Mittlerweile muss man ja einen Bart haben, soweit ich weiß, als Mann. Ein bisschen größer und ja, egal, lassen wir es, ich beschreibe eh nur wieder einen Hipster. Und Frauen müssen natürlich lange Haare, schlank etc. und so weiter. Natürlich voll geschminkt, bla, so jetzt blub. Und in Asien ist es halt sehr verbreitet, da muss halt die gesamten Konturen halt stimmen. Und wenn da man eben nicht so ganz reinfällt, dann geht man halt davon aus, dann hat man noch keinen Erfolg und so weiter und so fort. Und deswegen lässt man sich halt dort, oder ist man eher bereit, sich unter das Messer zu legen und hier und da mal kurz was korrigieren zu lassen. Es ist total akukulorisch, wenn man jetzt so als normal denkender Mensch darf man, es ist Quatsch. Also ich verstehe es nicht. Ich kann es verstehen, wenn man etwas, jetzt sagen wir mal eine Nase hat, zum Beispiel die komplexe Auslösung, weil sich jeder darüber kaputt lacht und so weiter, kann ich nachvollziehen, dass man das machen lässt. Aber wenn man völlig in Ordnung ist, also, ach egal. Nee, ich glaube, darüber würde ich nicht sinnieren. Ja, auf jeden Fall, es wird halt gerne ausgenutzt. Faceliftings sind übrigens gerade absolut populär. Und naja, gut, ich meine, jetzt ist gerade, also ich meine, in Japan ist eh Masken tragen normal, aber jetzt trägt halt jeder eine. Auch, wo gemerkt, bei der Arbeit, und das ist so der Knackpunkt, weil das darf man ansonsten nämlich eigentlich nicht, also können sie jetzt ganz schön retuschieren. Ich denke mal, das wird dazu führen, wahrscheinlich, wenn so ein paar Leute auf der Arbeit die nächste Masken dann wieder abnehmen dürfen. So, hm, hast du mich mal anders ausgesehen? Oh mein Gott, wie sind sie? Ich kenne dich nicht, aber ich bezahle dich trotzdem. Aber vielleicht, da hast du noch wegen den Masken, weil du meintest, es ist ja in Asien eher verbreitet mit Schönheits-OPs. Da muss man aber, denke ich, einen sehr klaren Cut zwischen zum Beispiel Südkorea und Japan ziehen. Während Südkorea, glaube ich, das extremste Land zurzeit, was Schönheits-OPs ist. Und man ist auch überhaupt nicht verpönt. Also es ist total okay, zum 18. Geburtstag, den Mädeln eine neue Nase zu schenken. Kein Problem. Das hört sich auch an. Ja, ich weiß, das hört sich komisch an. Ich meine, da muss man so, hey, Schatzi, du hast gebostet, komm, mach dir die neue Nase. Wir hatten so eine kleine Box oder so, und dann ist die halt drin, und dann musst du die draufsetzen. Naja, wir machen uns darüber lustig natürlich, aber es ist halt schon so eine Sache, weil wir verstehen das halt als westliche Menschen nicht. Ja, das sowieso nicht. Aber ich glaube, da brauchen wir auch nicht so schön als OP zu rennen. Das wäre eine Großbaustelle, jedenfalls bei mir. Einmal komplett neu machen, bitte. Ich glaube, da wird der Körper austauschen leichter. Dieser Erfolgsgedanke, der ist halt einfach extrem. Und ich meine, ich weiß nicht, ob die Leute sich schon mal damit, oder unsere Zuhörer sich damit auseinandergesetzt haben. Es gibt da ein ganz krasses Beispiel, wenn man jetzt nicht von Schönheits-OPs ausgeht, der es halt wirklich wunderbar zeigt, wie der Erfolgsdruck ist, wenn die Uni-Einschreibungen bekannt gegeben werden. Also bei den Unis ist es halt so, wenn ja zum Beispiel die Uni Tokio, die bekannt gibt, da ist, also die Leute, die dort aufgenommen werden, gehen davon aus, sie haben es für die Zukunft geschafft. Und da gibt es Bilder, das ist der Wahnsinn, wie die sich alleine dann so freuen oder, also die Erleichterung so, ich habe für die Zukunft ausgesorgt. Nur weil meine Sicht schön genug ist. Naja, ehrlich gesagt, nur weil sie es da in dem Fall auf die Uni geschafft haben. Ja, weil die Sicht schön genug ist, haben sie es auf die Uni geschafft. Ja, ich glaube, das lag dann eher an den Prüfungsergebnissen. Aber nein, das ist halt wirklich heftig, denn man muss erfolgreich sein, man muss unbedingt einen gewissen Stand in der Gesellschaft erreichen. Und das kann man halt auch mit diesen Schönheits-OPs, oder denken viele, dass man das mit den Schönheits-OPs eben auch hinbekommt. Und das ist einfach ein irrsinniger Leistungsdruck. Ja, was ich aber noch eigentlich sagen wollte zu Südkorea, wie gesagt, es ist halt in Südkorea sowas selbstverständlich ist. Da gibt es halt auch große Kliniken, da kannst du in der Mittagspause hingehen, spritzt dir ein bisschen Botox und gehst dann weiterarbeiten. In Japan ist es halt, zumindest nach meinem letzten Wissensstand, zwar, sagen wir mal, etwas Schönheits-OPs sind an sich okay, aber wenn du sie machst, eher nicht. Also weil du ja was an dir selbst veränderst und praktisch dich aufschubst. Zum Beispiel, das ist bei Stars teilweise ganz krass, dass da richtige Spekulationen gibt. So hat der sich jetzt die Nase richten lassen? Und wenn das rauskommt, so, uh, das ist ja, geht gar nicht. Deswegen ist es halt jetzt, der Moment, dass es ansteigt, weil die Leute es halt, wie gesagt, nicht sehen. Und keiner, der dann sagen kann, so, haha, du hast ja was richten lassen und so. Und das ist halt der Punkt, wieso es jetzt meiner Meinung nach ansteigt. Weil gerade das, dass man es halt unter der Hand nur machen sollte. Ja, also, ganz ehrlich, ich finde es kurios, jeder, der das machen will, soll es machen. Ich meine, die Dinger kosten auch eine Stange Geld, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich glaube nicht, dass die Krankenkasse dafür zahlt. Nein, also zumindest in Deutschland nicht. Es sei denn, es ist etwas Medizinisches. Richtig. Du kannst dir zum Beispiel in Deutschland die Nase richten lassen, wenn es halt gesundheitliche Auswirkungen hat. Okay, na gut. So, aber da wir jetzt gerade bei hässlich waren, also hässlich zu schön, kommen wir jetzt mal zu total unattraktiv. Denn die Präfektur Ibaraki, die hat ein Problem. Sie gilt nämlich grundsätzlich in bestimmten Umfragen, die jedes Jahr neu gemacht werden, als absolut unattraktivste Präfektur. Und dagegen möchte man gerne was unternehmen. Das Problem ist allerdings, das klappt irgendwie nicht so. Deswegen hat Ibaraki ein ganz, ganz gewaltiges Problem. Um kurz das Problem zu erklären, bevor wir mal auf die unattraktivste Präfektur eingehen. Da Japan ja immer älter wird und bekanntlich ein Nachwuchsproblem hat, suchen sich die Leute natürlich, wenn sie jetzt irgendwo hinziehen, logischerweise Hotspots aus. Also Tokio, Kyoto etc. Wobei, ich glaube, Kyoto weniger, aber Tokio natürlich. Man möchte halt am Puls der Zeit leben. Und wenn man eben als unattraktiv gilt, dann hat man diese Leute nicht, also den Nachzug nicht. Was natürlich den Arbeitskräftemangel natürlich extrem verschärft. Und Ibaraki versucht das schon seit Jahren immer mit verschiedenen Aktionen, sei es jetzt eine virtuelle YouTuberin, Comedy-Spots und so weiter, um sich halt attraktiv zu machen. Und das klappt einfach nicht. Obwohl das eigentlich seltsam ist, weil so schlimm ist es da nicht. Also jedenfalls meiner Erfahrung nach. Ich war noch nicht da. Ich auch nicht, aber vielleicht geht sie halt als unattraktiv, weil sie einfach langweilig ist und nicht, weil sie einfach fessisch ist. Aber genau das ist sie ja nicht. Es ist ja nun mal so, also nehmen wir mal zum Beispiel die Oarei, da findet ein Fischereifestival statt. Dass da nur die Schule bei Girls and Panzers genauso heißt, dann ist das natürlich das absolute Zentrum. Sprich, es kommen natürlich auch sehr viele Fans hin, aber sie bleiben halt nicht da oder wollen da nicht bleiben. Jetzt wird erstmal Panzer geangelt. Ja, Panzer und Angel. Das, ich bin auf. Wenn man aber jetzt Ibaraki sich mal genau anschaut, ist es halt so, eigentlich ist es eine ziemlich reiche Präfektur. Also die haben da einen sehr, sehr guten Lebensstandard. Das ist im Prinzip der Melonenproduzent schlechthin in Japan. Trotz allem kennt man ja komischerweise nur Melonen aus Hokkaido und so weiter, weil die es halt geschafft haben, da so Premium-Ding zu basteln. und halt eben die Marke so hochzuhalten, also so eine Luxusmarke zu kreieren. Und Ibaraki ist, guckt egal bei was, immer aus der zweiten Reihe zu. Und das ist eigentlich schon ziemlich heftig. Also sie werden einfach nur so ein bisschen vergessen, weil sie halt immer nur Platz zwei sind. Ja, ja, genau. Das ist irgendwie very sad. Aber da frage ich mich, was kann man noch dagegen tun? Ja, was man dagegen tun kann, ist natürlich eine große Preisfrage. Ich meine, klar, im Prinzip fährt jede Präfektur in Japan immer mal wieder Image-Kampagnen. Woran das bei Ibaraki liegt, dass sie halt immer grundsätzlich so ablosen, ist halt die große Preisfrage. Das kann sich irgendwie keiner so wirklich vorstellen, warum. Ich muss nur sagen, ich gucke gerade im Hintergrund dieses Video von der Virtual-Youtuberin. Und ich meine, gut, ist jetzt ein Thema, wo ich nicht ganz so von begeistert bin mit den ganzen Virtual-Youtubern und so. Aber die zeigen da so Bilder und Videos von der Landschaft. Und das sieht schon echt schön aus. Das ist so ein großer Wasserfall, der sehr schön ist. Die haben da vorher so eine große Blumenanlage gezeigt. Also Sehenswürdigkeiten gibt es da genug, Festivals gibt es da genug. Das ist eigentlich eine Statue, die wohl die drittgrößte der Welt sein soll. Aber halt nicht die größte. Naja, wir kommen auf Platz drei in dem Fall. Aber es möchte halt einfach keiner dort wohnen. Es ist eine sehr ländliche Gegend, muss man dazu sagen. Weil das ist halt, glaube ich, auch der größte Agar-Produzent in Japan. Schau, es will halt keiner dahin. Ach, das ist irgendwie schade. Aber ich meine, es gibt ja auch in Deutschland so Regionen, die so nicht städtisch sind, aber auch nicht wirklich ländlich, so ein Zwischending. Und die eigentlich sehr attraktiv sind und trotzdem, ja, so ziemlich abgehängt werden im Tourismus etc. Da frage ich mich auch immer so, ich meine, die geben sich teilweise so viel Mühe, die haben dann irgendwelche Kampagnen und dann wird Werbung gemacht und trotzdem kommt kein Gesau dahin einfach, weil der Ruf halt einfach so schlecht ist. Ich glaube, das ist so eine Sache, die, wenn sie sich auch einmal so etabliert hat, dann kriegst du die halt auch einfach nicht so easy wieder weg, ne? Also wie Bielefeld nicht existiert. Ja. Es ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ja. Ja, es ist ein extremes Beispiel. Also man weiß in Japan zumindest, dass Ibaraki existiert, also ja immerhin schon etwas. Das Video mit der virtuellen YouTuberin ist ja wirklich, oh Gott, oh mein Gott. Ich habe es gerade nebenbei laufen. Boah, das muss man ausmachen, das ist ja eine Katastrophe. Naja, es ist halt so, dass ländliche Gebiete allgemein in Japan ziemlich abgehängt sind. Also für die Großstädte, die florieren halt, natürlich, da konzentriert sich ja mittlerweile auch alles. Und alles, was so ländlich ist, ist halt, naja. Ich glaube aber mittlerweile auch, dass die Jugend eher so, man muss halt am Puls der Zeit leben, am besten im Büro arbeiten, bloß nicht auf dem Feld. Ja, da ist mir zu viel Gras auf meinem Land, das geht so nicht. Das kommt doch an welches Gras, das ist befürchte ich. Das ist ein gutes Argument. Ja, wir haben ja heute aber wieder Stall vorladen, Leute, du meine Güte. Und, obwohl wir sind ja nur, Achtung, Klammer auf, Japan-Experten, Klammer zu. Ich habe die ganze Zeit darauf gewöhnt, dir bringt er diese unnötige Anspielung. Ja, das machen wir gerne. Ja, die bringe ich, die bringe ich. Natürlich bringe ich die. Es gibt Bonuspunkte für diejenigen, die rausfinden, wieso Micha das gerade jetzt gesagt hat. Und stellt euch die Klammern als Anführungszeichen vor, ich habe mich versprochen. Ja, passt. Hä? Gott. Es ist halt nicht, ich meine, ich bin halt auch nur jemand, der in Deutschland seine Sprache nicht kann. Wir betrachten uns halt mit genauso viel Selbstironie wie Ibaraki. Ja. Das hast du schön gesagt, Micky. Also ich glaube, niemand nimmt Ibaraki ernst und wir nehmen uns nicht ernst. Also vielleicht könnten wir es ja mal mit einer Kollaboration probieren. Ich weiß ja nicht, so eine Zusammenarbeit. Offiziell existieren wir ja nun mal nicht mehr. Das haben wir jetzt auch am Wochenende festgestellt. Ich sage, vielleicht sollten wir eine Zusammenarbeit probieren. Keine Ahnung. Ich meine, schlimmer kann es für die ja nicht werden. Ey Leute, uns gibt es nicht, euch gibt es nicht. Lassen wir zusammenarbeiten. Übrigens, liebe Leute, Entschuldigung, wir haben heute zu viel Sonne abbekommen. Tut uns leid. Ja. Aber die Japaner, die haben auch ganz schön viel Sonne abbekommen. Oh ja. Denn es wird heiß. Es wird viel zu heiß, um es mal so zu sagen. Und zwar haben gerade in einigen Präfekturen, also in Yamanashi hatten wir wohl letzte Woche 31,7 Grad. In Gunma hatten wir 31,1 Grad. In Tokio 28,1 Grad. Und das sind Temperaturen, die man normalerweise eigentlich eher im Sommer erwartet. Und ich gucke gerade nochmal auf meinem Kalender. Nein, es ist noch nicht Sommer. Wir sind nah dran, aber hey, bei uns war es das auch wieder wärmer. Ja, es ist tatsächlich ein Problem, weil es unterstreicht halt das allgemeine Problem von Japan, dass das Land unter dem Klimawandel leidet. Und ja, Leute, es gibt einen Klimawandel. Ich will darüber nicht nachher in den Kommentaren diskutieren. Der Winter war ja jetzt schon relativ mild. Letztes Jahr im Sommer hatten wir wieder mal eine Hitzewelle, wo ja sehr viele Leute leider auch dran verstorben sind. Vorletztes Jahr hatten wir ja auch eine Hitzewelle. Plus im Sommer nehmen die Stürme zu. Naja, und jetzt geht es halt schon wieder los. Also dieses Jahr wird Japan im Sommer wahrscheinlich gar nichts zu lachen haben. Und wer noch nicht in Japan war, die japanischen Sommer sind Horror. Gerade weil es so feucht ist. Ja, ganz genau. Das ist unglaublich schwer auszuhalten, wenn man ja zum Beispiel als Tourist rüberfährt. Also nee, ich mag den Sommer da auch nicht. Ich stand da mal für die Komitech an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich muss auch sagen, so selbst in Deutschland, ich bin halt kein Sommermensch. Und jedes Jahr denke ich mir, ich habe echt keinen Bock auf den Sommer. Aber ich muss sagen, dieses Jahr habe ich fast schon ein bisschen Angst vor dem Sommer. Ja, ich stimme mir dazu. Ich weiß nicht, Menschen, die mit voller Vorfreude sagen so, ich liebe den Sommer. Die haben meistens so einen irren Blick und ich bin mir sicher, das sind Praziopathen. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Nein, das liegt entweder am Bräunungsmittel oder es liegt an einer, wie heißt das, Sonnencreme. Und die sollte man ja nicht trinken, bekanntlich. Und ich befürchte, da wird irgendein Stoff runtergemixt. Ja, Sonnenmählich. Und dann einfach auf Extras Zeug. Ey, ganz ehrlich, Winter ist toll, also wenn wir einen hätten. Aber ja, wir dürfen uns auf jeden Fall als Wintermensch darauf einstellen, bald ist er nicht mehr da. Und gerade dieses Jahr könnte das halt super unangenehm werden, wenn wir halt alle Masken tragen müssen. Relativ. Also da muss ich sagen, ich habe eine ziemlich coole Maske, die ist ja nicht ganz okay. Das funktioniert. Problem mit den Masken ist aber Japan. Denn dadurch, dass es natürlich sehr feucht ist, ist das Atmen so schon sehr unangenehm im Sommer. Und wenn du dann noch eine Maske auf dem Kopf hast, dann wird es halt richtig schwierig. Und mittlerweile machen sich einfach unheimlich viele Menschen Sorgen, dass die Gefahr eines Hitschlags durch die Masken im Sommer steigen wird. Und wir können ja nicht davon ausgehen, dass auch wir natürlich die Masken im Sommer definitiv noch nicht abnehmen werden. Was in meinen Augen auch richtig ist, wohlgemerkt. Solange man halt jetzt keine Atemprobleme hat oder wie auch immer. Aber die Gefahr ist halt da und die Angst wächst und auch Ärzte warnen mittlerweile davor, dass man da halt Maßnahmen ergreifen soll, damit man halt eben keinen Hitschlag bekommt. Eine Maßnahme dazu sind übrigens gekühlte Masken aus dem Automaten. Die ich eigentlich ziemlich cool finde. Ja, es ist eine nette Idee. Also du hast einen Automaten, der ist auf 4 Grad Celsius runtergekühlt. Und da kannst du dir Masken draus kaufen für 690 Yen. Ja, ist eine nette Idee halt. So, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht weiter zu sagen. Die hast du dann halt aber auch nur einmal gekühlt. Danach musst du sie halt in den Kühlschrank legen. Gut, aber die Idee ist doch nicht schlecht. Ich meine, dass wir vielleicht bei uns für den Sommer auch was packen. Das Ding einfach ein Eis fach. Und dann geht ja halt eben eine ziemlich steifel Maske raus. Ja, aber ich kann einfach so verarbeiten, das hält nicht lang. Also ich habe nicht angefangen, mal Stoffmasken in den Eisschrank zu packen. Aber tatsächlich mein Frühstück in der Brotdose, weil ich ja immer zur Uni fahre frühmorgens im Sommer. Und dann habe ich das jetzt kühl akkupraktisch in den Rucksack gepackt. Und dann war mein Rucksack halt runtergekühlt. Was halt für Wasser und so ganz praktisch. Aber es hält, wie gesagt, bei gewissen Temperaturen, also ab 30 Grad, bringt das vielleicht, also es bringt nicht wirklich viel. Du hast vielleicht zehn Minuten, dass es kühl ist, wenn du es so draußen hast und dann ist es auch wieder vorbei. Ich weiß also nicht, wie effektiv das auf langer Sicht ist. Es ist halt, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen ausgeschmissenes Geld. In Japan sind die aber voll der Renner. Ich meine, es werden über 400 Stück täglich verkauft. Es gibt nur zwei Automaten, wo die gekauft werden können. Also von daher. Naja, Respekt. Das ist halt eine gute Verkaufsidee, aber effizient ist es nicht wirklich. Also nicht, wenn sie irgendwie ein Kühlmittel oder einen Kühlakku drin haben. Etwas, was halt Kühle speichern kann. Es sind ja tatsächlich nur Masken, die in diesen kühlen Automaten drinstecken. Mehr ist es nicht. Nö, natürlich nicht. Das sollte man, wie gesagt, vielleicht dazu sagen, dass es halt wirklich einfach nur jemand hat eine Maske in den Kühlschrank gepackt. Und das war es. Ja. Aber er hat daraus eine Verkaufsstrategie gebastelt. Ja, Manni. Das ist definitiv eine clevere Idee, ja. Ich meine, hier auch in der Stadt, habe ich gestern erst gesehen, verkaufen selbst die Zigarettenautomaten mittlerweile Masken. Echt? Ja. Krass. Welche Ironie. Zigarettenautomaten und Masken. Ja, irgendwie schon. Aber ich bin mir also vielleicht in Bezug auf die Hitze. Ich bin mir zumindest sicher, dass Japan sich für dieses Jahr auch wieder viele neue Ideen einfallen lässt. Also man war ja letztes Jahr schon ziemlich kreativ von irgendwelchen neumodischen Sonnenschirmen bis Hitzehelmen, die die Gouverneurin von Tokio vorgestellt hat. Diese Schirmmasken, ne? Ja, die angeblich an Samurai-Helme erinnern sollen, aber mehr irgendwie aussahen wie Kindergartenkinder auf dem Schulausflug. Ja, aber ich denke, dass da halt auch noch was kommt. Und ich denke, die Deutschen werden auch dieses Jahr in der Hinsicht auch kreativer werden, weil ich stimme da halt wirklich zu. Ich befürchte, es wird ein wahnsinnig heißer Sommer, also noch schlimmer als letztes Jahr. Und mir graut es. Und ich hoffe sehr, dass tatsächlich meine Uni bis zu meinen Silvesterferien noch zu bleibt, damit ich Juni, Juli nicht in den Zug muss. Ich spiele jetzt mal total Pessimist, denn die Hitze ist sowieso schon gerade für ältere Menschen natürlich verdammt anstrengend. Das große Problem sehe ich aber ehrlich gesagt eher für die Bauern, weil die Böden sind ja schon sehr mit Leidenschaft gezogen. Und wie das jetzt werden soll, keine Ahnung. Das Schlimme ist halt eben, dadurch werden bei uns auch die Lebensmittelpreise logischerweise teurer. Und das wird in Japan genauso passieren, wenn das wieder so brütender ist. Und naja, wir wissen ja, in Japan ist es schon ganz schön teuer, wenn man so einkaufen geht. Das macht die Sache also leider nicht besser. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Bauer zurzeit sowieso viele große Probleme hatten. Wir hatten halt Hitze, Regen, Überschwemmung, dann Schneegestöber und jetzt, wenn wieder Hitze kommt, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Richtig. So, und naja, ich meine, alternative Einnahmequellen kommen ja momentan auch nie eingereist. Also von daher. Es ist wirklich schrecklich, dass man zusehen muss, wie so, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Oh, habe ich schon gesagt, dass das halt auch noch schief geht. Schrecklich finde ich eher, dass wir genau sehen, was passiert oder beziehungsweise genau wissen, was passiert. Und einfach keine Sau, was dagegen unternimmt. Weil man hätte jetzt die ganze Pandemie ja vielleicht eventuell eine Chance ansehen sollen. Aber nee, wir machen lieber danach so weiter wie vorher auch. Nur, dass in Deutschland gibt es mal wieder eine neue Abwrackprämie, aber ansonsten. Mal wieder schön die Autoindustrie unterstützen, so jedes andere europäische Land so. Ach, wir machen jetzt hier mal Fußgängerzonen und unterstützen, machen mal irgendwie neue Fahrradwege. Deutschland so, ja, kauft Prämien für Autos. Kauft Autos, los. Der Witz ist, in der Gastronomie arbeiten mehr Menschen als in der Auto. Selbst für Zulieferern, dazugerechnet, arbeiten immer noch mehr Menschen in der Gastronomie. Warum unterstützt man nicht die Gastronomie? Gut, die haben nicht so eine gute Lobby, okay, aber naja. Das Liebe der Kapitalismus. Ich sehe schon, wenn wir weiter so machen, müssen wir einfach mal anfangen, also nicht, die Sowjet-National-Hünde einzuspielen. Ja. Wir bächen so gegen Lobbyismus immer. Da könnte man uns gewisse Dinge schon vorwerfen. Können sie gerne machen. Ja, ich meine, das war jetzt nicht, dass ich das negativ finde. Wir haben am letzten vorgeworfen, dass wir ein Abend der Antifa sind. Also ich würde sagen, wir nehmen ein neues Intro jetzt als Lied. Wir spielen immer die Hymne der UDSSR. Oh, du haust aber hier raus. Okay, machen wir weiter. Das lassen wir jetzt mal so. Ich weiß nicht, der Podcast ist heute wie Shitposting, aber in sprachlicher Form. Richtig, aber man muss bei... Oh Gott. Die haben mich auch schon fertig gemacht, Micky. Ich mag das gerade. Nein, also, weil wir gerade beim Klima sind. Und wir wissen ja in Japan, Demonstrationen, das ist ja immer so eine Sache für sich. Da kommen da vielleicht mal eine Handvoll Leute zusammen und das war es dann. Anders aber bei Klimaaktivisten in Japan. Denn auch da gehen die Jugend mittlerweile immer mehr auf die Straße und sagen halt, ey Freunde, wir haben die Schnauzegelinne gesagt voll. Es ist unsere Zukunft. Ihr seid ja sowieso schon, Denise, nicht mehr da. Könntet ihr vielleicht ein bisschen auf die Umwelt achten? Und das wird halt immer mehr. Also, man ging auf die Straße, als noch kein Corona da war. Ja gut, jetzt demonstriert man gerade online. Man hat ja auch keine Wahl. Ich meine, wenn ich jetzt hier so auf Deutschland beziehe, wie war das? Diese Hygienedemos lässt man machen, aber Freitag von der Straße gesammelt. Aber auch davor gab es halt schon immer mehr Jugendliche, die gesagt haben, ey, wir haben jetzt hier einfach mal den Hut offen und wir, also hört endlich auf uns. Es ist ja nun mal unsere Zukunft und sie erreichen auch tatsächlich was, weil in einer Stadt namens, Gott, wie hieß sie denn jetzt? In Nassau, genau. In Nassau sollte ein 300, also aus 300 Paneelen bestehendes Sonnenkraftwerk gebaut werden. Dafür hätte allerdings verdammt viel Wald abgeholzt werden müssen. Da hat sich dann halt eine Gruppe formiert und die haben es tatsächlich geschafft, dass das Ding nicht gebaut wird. Okay. Das ist doch meine Leistung. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, wäre jetzt natürlich einfach zu lachen, weil die haben gegen Sonnenenergie demonstriert. Naja, sie haben vor allem dagegen demonstriert, erstens, weil einfach viel zu viel Wald weggefallen wäre. Und die Stadt selber hatte auch so dezente Befürchtungen, dass das eher dann nach Tokio geliefert wird, so nach dem Motto, und nicht in der Region bleibt. Von daher für die Region total unsinnig. Kann ich auch nachvollziehen. Aber es war halt eben erfolgreich. Und es gab ja auch schon einen Jugendklimagipfel, wo halt auch viele japanische Wissenschaftler angefangen haben, die Jugend halt zu unterstützen. Nur die Regierung, tja, die nimmt die leider nicht so ganz ernst. Ist eigentlich im Prinzip genau wie bei uns. Naja, also glaube ich fast so wie überall. Äh, ja. Naja, wobei, warte mal, werden die in Amerika schon erschossen? Äh, bei Trump weiß man ja nie, was man da sich reinfandelt. Bei uns heißt es ja nur, geht ihr in die Schule? Ich meine, gut, jetzt aktuell, welche Schule? Aber, ähm, ähm, nein, aber, ja, im Prinzip eigentlich wie wirklich weltweit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt hier der alte Knacker in der Runde bin, äh, sie haben doch recht. Ja. Also, es ist einfach Fakt, sie haben recht, Punkt. So, wir merken es doch, es wird wärmer, Naturkatastrophen nehmen zu, etc. PP. Und was ich halt bei uns besonders geil finde, die meisten Klimaleugner sind ja bekanntlich Anhänger aus dieser komischen blauen, braunen Partei da. Ja, Leute, wenn ihr was gegen Klimawandel tun würdet, würden weniger Flüchtlinge kommen. Na, wer hätte das erwartet? Ich finde es jedenfalls gut, dass in Japan halt das Bewusstsein dafür langsam wächst, weil wir hatten ja schon das Thema, dass es immer so ein bisschen, ah, ah, das ist ein bisschen Larifari ist. Und ich meine, ähm, auch wenn man vielleicht zu Anfang in der Unterzahl ist, wenn man halt gute Argumente hat und, äh, seiner Stimme auch Gehör schafft und halt auch zeigen kann, dass, äh, man was bewirken kann, dann machen halt immer mehr Leute mit, also das ist ganz einfach, das Prinzip. Leider halt manchmal auch im negativen Sinn, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Äh, von daher, ich hoffe, dass mehr Schüler und junge Leute das in Japan sich anschauen und sagen, hey, sie haben ja irgendwie recht. Vor allem, Japan ist ja eigentlich ein sehr naturverbundenes Land. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich davon mehr lese und dass die Nummern da steigen und vielleicht sieht man ja auch mal was Größeres bei denen. Ja, das wäre tatsächlich toll. Gerade dieses Beispiel, was wir halt hatten mit Nassau, wo halt, ähm, eine junge Dame, ähm, zurück in das Stadtdorf, ich weiß nicht, was es jetzt, als was es jetzt offiziell gilt, zurückgekommen ist und halt, äh, dann letzten Endes die Fridays for Future Bewegung dort gegründet hat mit, ähm, anderen Leuten vor Ort, um halt, äh, nun mal auch diesen Bau, den wir eben besprochen hatten, äh, zu verhindern. Ähm, sie haben es auch mittlerweile geschafft, dass in Nassau der Klima-Notstand, ähm, angekündigt wurde, äh, verhängt wurde, meinte ich. Und, ja, ich meine, allgemein ist die Sache in, äh, Japan immer noch natürlich nicht ganz so groß, weil wir haben es ja anfangs gesagt, ähm, auf die Straße gehen ist in Japan jetzt unbedingt, ja, nicht so das große Ding. Wir hatten es halt, ähm, jetzt in Tokio hatten wir mal 5000 Demonstranten, als es zum zweiten globalen Klimastreik kam, das ist jetzt 5000, mag vielleicht nach viel klingen, ist es jetzt aber im Großen und Ganzen gesehen nicht. Ist Tokio nicht, nein. Nein, aber für Japan ist das schon viel. Für Japan, ja, aber wenn man es halt hochrechnet, auf die Bevölkerung eigentlich nicht, also man muss es halt unterscheiden, auf was man es bezieht. Und, ja, aber es ist, ähm, auf jeden Fall gut zu wissen, dass es da auch so langsam an den Start geht und halt mehr Fridays-for-Future-Bewegungen gegründet wurden und dass es halt auch, ähm, zu dieser, ähm, Klimakonferenz in Japan kam, beziehungsweise zu dieser Jugendklimakonferenz, wo dann halt sich die Fridays-for-Future-Organisationen da getroffen haben. Das war ja jetzt auch nur mit 60 Vertretern landesweit, aber das ist, ist, ist ein Anfang. Ja. Ja, ist das besser als nichts? Eben, das ist der Punkt, es ist besser als nichts. Und es wird halt wirklich auch Zeit, weil, sorry, aber die eine tickt nochmal wirklich, äh, aus ihrem, oder pfeift aus dem letzten Loch. Und, äh, ich, also ich zu meinem Teil möchte zumindest noch mitbekommen, ob ich Rente kriege oder nicht, und das entscheidet sich erst ein paar Jahre und so, warte gefälligst mit der Zerstörung ein bisschen, danke. Ähm, aber weil wir gerade bei Schwachsinn von der Regierung sind, ich meine, hey, bei uns hat der BER aufgemacht, Party, jetzt wo kein Flugzeug fliegen darf, wo gesagt. Ja, noch nicht so richtig aufgemacht, aber. Wusstet ihr eigentlich, dass Japan auch eine Art BER hat? Und, ähm, das nennt sich in dem Fall Wiederaufbereitungsanlage für radioaktive Brennstoffe, äh, die seit, oh Gott, wann war das? 1997, äh, nee, 1993 sogar angefangen wurde zu basteln. Und, tadaa, letzte Woche hat sie endlich die erste Prüfung der Nuklearregulierungsbehörde bestanden. Dafür schon mal Applaus. Also, ja. Das hört sich an wie Langzeitstudent, aber nicht im positiven Sinne. Naja, aber man muss wirklich sagen, Leute, wenn die über den BER lästert, hey, die Japaner können das auch. Wird das das Sequel zum BER-Simulator von Boston? Nein, nein, die haben vor uns angefangen. Ja, aber man kann ja noch ein zweites Spiel machen. Die Fortsetzung war halt kürzer, also sprich, wie lange haben wir gebraucht? Boah, das ist ja zehn Jahre Minimum, oder? Ich meine, ich weiß es nicht, ich hab das irgendwann aufgehört zu verfolgen, aber, ey. Ich glaube, es macht die Menge. Man darf ja nicht vergessen, wir Deutsche hatten ja ein paar mehr Baustellen. Ja, stimmt. Ähm, Stuttgart 21. Nein, Moment, halt, nein, der gilt noch. Da können sie, also, es ist ja so, der BER ist fertig, die ganzen Komiker machen sich jetzt nur noch über Stuttgart 24 lustig, was irgendwie ein bisschen schade ist, weil das wird langweilig. Nein, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass die Anlage seit 1993 gebaut wird. 1997 sollte sie ursprünglich in Betrieb gehen. Knapp verpasst. Dezent, äh, die Innenbetriebnahme wurde insgesamt 24 Mal verschoben, weil es wurden so ein paar kleine Fehler festgestellt. Also, so als Beispiel, ähm, dass als die Anlage das erste Mal hochgefahren werden sollte, wurde dann festgestellt, dass, ähm, so ganz klein wenig Wasser, äh, in ein Betriebsgebäude geplatscht ist. Das waren dann so mal eben ein paar Tonnen Wasser. Und, äh, naja, also insgesamt. Das kann man ja übersehen. Fällt nicht auf, ne? Ich meine, wenn man die Tür zumacht, äh, Gott. Ähm, wenn man auszusehen einen Wasserschlauch im Arsch stecken hat. Bei so vielen Tonnen könnte es aber wehtun, das weißt du, ja? Äh, also nur so als Hinweis. Gott, wir sind heute echt komisch drauf. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass diese Anlage ja wahnsinnig toll ist, aber das Problem ist, ähm, naja, man weiß gar nicht, ob man sie braucht, weil das wird wahrscheinlich gar nicht, also gar nicht wirklich reichen, was sie produzieren kann. Eine weitere wurde bisher ja nicht gebaut. Und, äh, zum anderen ist das Problem, äh, dass sie bisher schon 14 Millionen Yen verbraten hat. Das heißt also, es wird, egal wie lange sie läuft, es ist ein Verlustgeschäft. Schlicht und ergreifend. Und sie darf ja immer noch nicht in den Betrieb gehen, denn es fehlt noch die letzte Abnahme. Ähm, ja, und das Ganze kann also immer noch ein paar Tage dauern. Ein paar Tage vor allem dem. In Anführungsstrichen Tage. Und man kann, also man kann zumindest auch noch den Gedanken haben, das wird jetzt in Japan wahrscheinlich nicht allzu schnell passieren, aber dass man halt von Atomkraft und so auch wieder weggeht. Und dann braucht man das Ding halt auch nicht mehr. Ja. Ja, außerdem gibt es nur, also, äh, man muss jetzt sagen, was, äh, als ein Produkt rauskommt, dass es sogar Mox-Brennstoff, ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich die Ahnung, was das bedeutet, aber es gibt halt nur vier Reaktoren in Japan, die halt diesen Mox-Brennstoff überhaupt verarbeiten können. Das kommt auch noch ein Schwer zu sagen. Ja, Mox, Mox ist halt so eins, na, ein Gemisch, was praktisch aus den Abfallprodukten entsteht. Also, es ist, kannst du sagen, im Prinzip wie Recyclingpapier halt bloß mit Atommüll. Okay. Achso, und, äh, noch dazu gesagt, es gibt natürlich auch, ähm, Bedenken der, äh, internationalen Gemeinschaft, denn, äh, bekanntlich kann man Plutonium, was da ja logischerweise auch, äh, anfällt, äh, ja auch für ganz andere Sachen verwenden und, äh, das finden sie halt auch nicht so witzig. Also, insgesamt ist das Ding mal der totale Quatsch. Ja, natürlich ist der Quatsch, aber das Argument von der internationalen Gemeinschaft, finde ich, zum Beispiel wieder dämlich, weil, äh, offensichtlich kann Japan nicht Atomwaffen produzieren. Das ist, ja. Die kriegen sie ja eh, wenn dann von den USA gestellt, also von daher. Selbst dann wäre das fragwürdig, ob sie dazu greifen wollen. Also, das, das ist so ein Argument, dass... Naja, aber ganz ehrlich, wenn sie schon nicht merken, dass da Wasser reinläuft, dann werden sie auch nicht merken, wenn mal irgendwie ein Grämmchen fehlt, äh, Kilo oder so. Ach ja, da kriege ich gerade ein Flashback zu einem Teenager, der über Yahoo Japan versucht hat, Yellow Cake zu verkaufen. Das war richtig clever. Das war tatsächlich wahnsinnig clever, ähm. Oder Plutonium, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Äh, stimmt auch wieder. So, kommen wir mal zu etwas Geschichtlichem. Ähm, und zwar, ja, jetzt wird's ganz kompliziert, weil, oh Gott, ich werd mich jetzt so verhassen von meinen ganzen Namen, die hier drin stehen. Ähm, 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 in Japan galt die, äh, da gab es speziell in Kyoto, ähm, eine, in Anführungsstrichen, Burg. Also, etwas kleiner als eine normale Burg, Mini-Ausgabe einer Burg. Und zwar das Kyoto Shinjo. Das, äh, Kyoto Shinjo wurde geschichtlich ständig in irgendwelchen Aufzeichnungen erwähnt, aber man hat es einfach partout nicht gefunden. Bis jetzt. Denn jetzt wurde eine Mauer und, äh, irgendwas anderes vor dem Ding ausgebuddelt. Und zwar direkt unter dem, äh, Kaiserpalast von, oh Gott, jetzt geht's los mit den Namen. Ja, klar, Moment, ich muss ganz kurz den Namen des Kaiserpalastes finden. Ich, äh, ja, genau, über den Kyoto Sento. Also, der wurde halt im Prinzip irgendwann einfach drüber gebaut. Ähm, das Kyoto Shinjo, Gott, das ist ein Name, ähm, wurde, oh Gottchen, Lottchen, könnt ihr mir mal helfen? Ich versuche. Ich versuche es. Also, ja, die Namen sind eine Katastrophe, ich weiß. Es ist eine, äh, äh. Ja, ich habe es vorhin auch nicht so ganz verstanden. Also, das Kyoto Shinjo wurde im zweiten Jahr des Kiyo, also 1597, erbaut und diente als Verbindung zwischen dem Kaiserpalast, äh, in Kyoto. Das Gelände des Ganzen umfasst ungefähr 3200 Quadratkilometer, äh, 320.000 Quadratkilometer. Ähm, Mars nach Osten und Westen, äh, etwa 400 und 800. So, ähm, jetzt ist es so, dass, äh, der gute Hideyoshi, der hat ja geschichtlich bekanntlich auch in Japan, ähm, äh, oder ist ja geschichtlich auch sehr wichtig, aber darauf gehen wir jetzt mal nicht an. Äh, hat zuerst seinen Neffen dort wohnen lassen. Und, ähm, äh, äh, später, äh, wurde dann, also nachdem er verstorben ist, wohnte seine Frau dort drin und das ist dann halt eben, äh, 1627 vom Koyoto-Sento überbaut worden. So, wir schafft. Das nächste Mal laden wir uns jemanden an, der sich mit dem Scheiß auskennt. Äh, 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 wir sind, äh, wir sind die Japan-Experten, dachte ich. Ja, ja, tut, ach ja, stimmt. Naja, jedenfalls, äh, es wurde halt jetzt endlich gefunden, nachdem halt eben, äh, in den, äh, in den vielen Aufzeichnungen das aufgetaucht ist und, äh, die Archäologen immer gerisset haben, ja, wo ist denn das gute Stück? Und, äh, ja, das ist durch Zufall entdeckt worden, denn eigentlich sollte am Koyoto-Sento nur was, äh, repariert werden und da ist man dann halt eben auf die Überreste gestoßen. Ja, das ist einfach unten drunter. Ja, ich meine, ne, lag da rum, bauen wir drauf was. Hätte man ja nicht drauf kommen können, ne? Nee, nicht so wirklich. Ich meine, wie denn auch? Ich meine, das ist schon eine Menge Erdmasse, die man dann quasi da verlagern musste. Ja. Wenn die Anlage halt zu groß war und dann war das alles ummauert irgendwie. Ja, definitiv. Und dann haben die da halt einfach einen neuen Palast drauf gebaut. Also, wie haben die, das sind ein bisschen Aliens gewesen sein, die es gebaut haben. Jetzt fang du nicht auch noch an, ey. Ich verbiete dir ab sofort heute Verschwörungstheorien-Videos zu gucken, auch wenn du dich darüber nur lustig machen willst. Ja, ja. Nein, aber, ähm, das ist tatsächlich schon historisch, äh, also ein wichtiger Fund eigentlich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, schade ist, also normalerweise ist es so, in Japan, hu, wir haben was gefunden und, äh, am Wochenende dürft ihr alle vorbeikommen und euch das angucken. Geht natürlich jetzt nicht, ist ja ein bisschen Pandemie gerade. Ähm, von daher fiel das leider aus, aber es ist halt trotzdem schon ein historischer, also, ja, historischer Fund würde ich jetzt nicht sagen, aber schon ein wichtiger Fund eigentlich. Ja, ich finde es spannend. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt das ganze Gelände einfach auf den Kopf drehen werden. Ähm, die Anlage halt zu groß gewesen sein soll. Äh, da steht immer noch das Shinjo, äh, das, nicht Shinjo, Quatsch, das, äh, Sento drauf. Ja, klar, aber, ich meine, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du zumindest da, wo es möglich ist, so alles mal versuchen aufzubuddeln, um zu gucken, ob sie noch was finden. Ja, natürlich, klar. Warum auch nicht? Ich finde das ziemlich cool, dass man das so zufällig vor allem entdeckt hat, so, so, ach ja, na, sowas aber auch. Ja, passiert. Juhu. Kommt ja mal vor, ne, haben wir verloren, haben wir gefunden. Aber, ne, es ist halt spannend, weil man immer noch, ähm, Reste des alten Japans, äh, findet, wenn man halt, äh, buddelt. Ja. Ja, und, äh, das ist ja jetzt nicht die erste Entdeckung, weil ja schon letztes Jahr, äh, haben sie ja schon, ähm, irgendwie ein, was war das, äh, 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 Wasserkanal irgendwie gefunden, der für kaiserliche Rituale genutzt wurde und so weiter. Und gerade in Kyoto, ich denke mal, das ist so ähnlich wie in Köln, du kannst halt drei Meter buddeln und irgendwas findest du dann auf jeden Fall. Ist doch so. Boah, jetzt weiß ich, was wir bei der nächsten Japan-Reise machen werden, ich packe schon mal die Schaufel ein. Oh Gott. Aber nicht in Tokio, das bringt nicht viel, das weißt du, ne? Ja, ich würde sagen, äh, es ist aber schon sehr interessant in Japan, dass man halt immer noch wirklich sehr, sehr viele Sachen findet, auch an den verschiedensten Stellen, wo man gar nicht denken würde, dass man das findet. Und, ähm, auch vor allem Sachen, die historisch so wichtig sind. Also, es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, wir haben jetzt hier wieder eine Ruine gefunden und da ein paar Torentöpfe, äh, yay, das kommt ja zu den anderen 30 Millionen, die wir schon gefunden haben. Du wertest gerade alles ab, was Archäologen bei uns finden, das weißt du, oder? Nein, also, so wollte ich das natürlich nicht sagen, aber ich wollte sagen, dass die, die Funde, die in den letzten paar Jahren gefunden wurden, ähm, tatsächlich so besonders sind. Also, ich kann mich auch erinnern, dass irgendwelche Tonkrüge gefunden wurden, die überlegen, dass gewisse Techniken und Völker viel, viel früher existiert haben, als man eigentlich angenommen hat. Hatten wir nicht letztens auch schon mal was aus Kyoto, das irgendwie, äh, Sake. Genau, das, das mit dem Sake, genau, das hatten wir auch was letztens im Podcast. Hatten wir auch besprochen, da wurde dann im Prinzip, äh, festgestellt, dass Sake viel, viel früher, als bisher bekannt wurde, äh, in Japan schon hergestellt wurde. Ja. Ähm, auch sehr, sehr spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also, es ist definitiv faszinierend und wer sich ein bisschen mit der Geschichte Japans beschäftigt, äh, meinetwegen auch als, Achtung, äh, Känsefüßchen, Japan-Experten, ähm, die ist wirklich unheimlich, spannend, solange man nicht darauf reinfällt und nur dieses Romantisierte mitbekommt, ähm, ist das wirklich sehr, sehr interessant. Da sieht man auch halt, wie, 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 wie sagt man, wie flexibel eigentlich Geschichte ist. Mhm. Dass sich Geschichte einfach wahnsinnig schnell wieder ändern kann. Man sagt übrigens, ähm, flexibel machen wir jetzt nicht, dass man sich so hinbiegen kann, bis es einem passt, äh, nur so nicht. Nein, das, das meinte ich nicht, ich fiel gerade kein anderes Wort dafür ein. Ich meine, die haben, also, wenn man mal wirklich tatsächlich so drüber nachdenkt, haben die relativ schnell dann einfach einen neuen Palast wieder drauf, drüber gebaut, und so. Ja, ja, klar, das geht. Ich meine, gut, man war halt, äh, oder Japan gilt ja als sehr effektiv, ne? Oh. Zack, zack, und, äh, jetzt machen wir mal und fertig. Ich finde schön, wie du sagst, Japan ist sehr effektiv und gerade haben wir noch darüber gesprochen, dass wir eine Wiederaufbereitungsanlage haben, die 24 Jahre gebraucht hat. Ja, auch Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm. Äh, weil wir aber gerade beim Wiederentdecken sind, na, obwohl das Wiederentdecken weiß ich jetzt nicht so ganz, aber, äh, Bären in Hokkaido entdecken auch langsam mal was wieder, und zwar die Städte. Ja, ist, ähm, typischen Nature is Healing, We are the Virus-Witz hier reinbringen. Nein, 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 machen wir heute nicht. Der ist alt und hat einen Bart. Ach, verdammt, ich hab mich grad beschrieben. Mist. Nein, als erstes so, ähm, äh, Bären sind eins der wichtigsten, oder der tierischen Symbole für, äh, Hokkaido. Und, ähm, mittlerweile ist es halt so, dass, ähm, gerade in den kleinen Städten immer mehr Bären auftauchen und, äh, dort halt auf Futtersuche sind, ähm, das war im letzten Jahr schon, äh, also auch so, da wurden halt nur weniger Bären gesichtet. Mittlerweile sind es halt dann doch um einiges mehr. Äh, das hängt einmal damit zusammen, dass wir halt einfach durch die Überfischung etc. und so weiter natürlich kaum noch, also schwer, äh, äh, pff, durch die Überfischung und so weiter Probleme haben, Futter zu finden. Ähm, und dann halt eben in die Stadt wandern, weil, naja, da gibt's Müllton, da gibt's Essen. Mhm. Und zum anderen liegt's halt auch daran, dass, ähm, also, dass die Bären jetzt wieder zurückkommen, dass, ähm, man halt vorher eine Menge, Menge Geld ausgegeben hat, um halt Jagdverbände zu bezahlen, die halt die Bären, äh, schießen. Und da hat man jetzt halt plötzlich gesagt, ja, wir reduzieren das jetzt, wir gehen da jetzt mal ein bisschen runter und haben das einfach mal durch fünf geteilt, das Geld, was wir sonst ausgeben für das Ganze. Ähm, vorher waren's halt noch, äh, 2018 allein nur im Zeitraum Juli bis Oktober waren's 11,5 Millionen Yen, die man an einen Jagdverbände gezahlt hat, um halt die Bären fernzuhalten. Und jetzt hat man gesagt, ja, maximal 2,4 Millionen Yen, die wir im Jahr ausgeben wollen für diese Bärenjagd. Und dementsprechend sind nicht mehr so viele Jäger quasi für diesen Job da. Dementsprechend kommen die Bären in die Stadt und müssen sich halt die Einwohner der Gegend und Polizei darum irgendwie kümmern, die wieder wegzukriegen. Ja, die Polizei versucht zu böllern um Feuerwerkskörper, ist übrigens nicht so ganz effektiv. Wahrscheinlich denkst du ja auch, boah, sieht da schön aus, okay, ich geh weiter. Ähm, Problem ist halt, wenn das jetzt im Frühling und Sommer so bleibt, dann, äh, wird's natürlich ein bisschen blöd, dann muss die Stadtverwaltung logischerweise eingreifen. Äh, insbesondere wenn die Jungen, äh, oder beziehungsweise die Bären Jungen haben, denn ab da werden die Tiere nämlich ganz schön aggressiv und da ist es dann auch nicht so unwahrscheinlich, dass sie Menschen attackieren. Bisher gibt es Gott sei Dank noch keine, äh, Meldungen von etwaigen Bärenangriffen, aber, ähm, naja, jetzt kann man nur noch auf Holz klopfen, äh, und sagen, okay, toi, toi, toi. Nur, natürlich wird das irgendwann kommen, wenn das so weitergeht. Ja. Ja, na, es ist immer so eine Sache mit, mit der Natur kommt zurück. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich mehrere Berichte, dass Bären halt zurückkommen in die Vororte, nicht nur in Hokkaido. Und, ja, die, die Menschen finden sich halt so ein bisschen verzweifelt, weil sie wissen ja nicht so recht, was sie tun sollen. Sie können ja schlecht alle Tiere einfach abschießen. Hm, die haben ja auch ein Recht auf Leben, aber andererseits so, ähm, ich sag mal, freundlichere Möglichkeiten, also mit Glöckchen und Feuerwerksknallern, die, die funktionieren halt auch nur ein, zwei Mal. Und irgendwann denken sich die Bären halt, wie du schon gesagt hast, sag, ein hübsches Feuerwerk. Fuck, yay. Von daher weiß ich nicht so recht, wie man das Problem jetzt angeht, sondern man, was man halt machen könnte, weiß ich nicht, Futterstellen im Wald aufstellen oder irgendwie irgendwas in der Richtung zu machen. Aber ich bin halt kein Experte und ich kenne mich mit Försterei etc. überhaupt nicht aus. Von daher bin ich da mal ein bisschen leise. Ich halte mich da auch. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was sie tun sollen. Es muss was getan werden. Natürlich wäre es schade, wenn die Bären jetzt geschossen werden würden. Aber, wie gesagt, ich kenne mich damit halt auch gar nicht aus. Ich hoffe einfach nur, dass nichts passiert erst mal. Das ist so das Wichtigste. Definitiv. Also wenn es Möglichkeiten gibt, diese 2,4 Millionen Yen, auf die man sich jetzt beschränkt hat, vielleicht irgendwie anders einzusetzen, statt halt auf Jäger zu setzen, dann wäre das natürlich ganz schön. Aber wir betonen nochmal, wir sind hier keine Experten. Wir wissen nicht, was man machen kann. Eine Möglichkeit wäre ein bisschen mehr Umweltschutz. Aber das Thema hatten wir ja gerade. So, zum Schluss haben wir noch ein Thema. Denn der liebe Premierminister Shih Tzu Abe hat mal wieder was geplant seit jetzt so ein paar Monaten. Und das stößt immer mehr auf Kritik. Denn Abe ist der Meinung, wir erhöhen mal das Rentenalter für Staatsanwälte. Das heißt, sie dürfen länger im Amt bleiben. Aber nur dann, wenn sie ausgewählt werden dafür. Was natürlich ein Problem ist, denn Kritiker sagen, ja, das wird aber die Strafverfolgung ganz schön, wie sagt man, beeinflussen. Denn, naja, die Regierung wird nicht irgendjemanden nehmen und sagen, hey, du darfst im Amt bleiben. Sondern die Regierung wird natürlich jemanden nehmen, der ihnen in den Kram passt. Und das seltsame hierbei ist tatsächlich, dass hier vor allen Dingen Stars und Sternchen die Schnute aufmachen und sich darüber ganz, ganz böse beschweren. Und bei Twitter explodiert das Thema aktuell. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also wir kennen zwar das, dass Japans Bevölkerung gerne am Meckern ist, vor allem online, wenn solche Themen aufkommen. Wobei Meckern ein bisschen negativ befasst ist. Also ich denke, sie haben durchaus Grund, sich da zu beschweren. Aber dass vor allem Persönlichkeiten da anfangen, den Mund aufzumachen, das ist sehr ungewöhnlich, finde ich. Ja, total. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich für Japan. Es ist aber auch sehr positiv. Es ist definitiv positiv, klar. Problem ist halt, dass halt viele davon ausgehen, dass eben die Politik sich selber schützen möchte. Weil klar, wenn man jetzt natürlich einen Staatsanwalt hat, der, sagen wir, wegen Bestechung oder so ermittelt. Und derjenige, welcher von aus der Regierung kommt. Ich meine, ganz ehrlich, man beißt seinen Arbeitgebernummern nicht. Ich meine, wirklich, in dem Fall, muss ich ehrlich sagen, ist es schon ziemlich offensichtlich, was er habe davor. Ja, klar. Da ist ja wirklich so, das blickt jeder, der so ein bisschen, auch nur so ein bisschen Politikverständnis hat. Aber gut, wir kennen Abel. Ich meine, Augen zu und durch. Er hat ja sowieso nicht mehr lange. Also von daher würde mich nicht wunderbar versuchen, das durchzudrücken. Ich hoffe, er schafft es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klar. Ich sehe das halt auch sehr, sehr kritisch an. Das würde also definitiv das eh schon etwas, sagen wir, schwierige System dort drüben dann noch ein bisschen schwieriger machen. Weil ja vor allem die Regierung bekanntermaßen sehr konservativ ist. Und naja, man sollte vielleicht dann doch lieber bunt gemischte Staatsanwälte haben. Das wäre wahrscheinlich besser. Ja. Das ist, glaube ich, in jeder Hinsicht in allen Bereichen etwas Staatliches angeht besser. Wenn man da nicht ständig dieselben Honkis sitzen hat. Das wäre eigentlich besser. Wobei, man muss dazu sagen, auch die Anwaltskammer in Japan hat sich der Kritik angeschlossen. Und die Anwaltskammer ist wirklich mächtig. Das ist eine der mächtigsten Lobbyparteien oder Lobbyorganisationen, die Japan überhaupt hat. Wenn die sich da einschalten könnte, ist das tatsächlich auch dazu führen, dass der Plan fallen gelassen wird. Denn die können richtig Stunk machen. Oh ja, also. Und das haben sie ja bekanntlich in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal und sind jedes Mal ganz gut damit durchgekommen mit ihren Forderungen. Na dann müssen wir uns ja nicht ganz so große Sorgen machen, dass der Arbeiter wieder Mist baut. Abwarten. Ja, abwarten schon. Aber ich meinte, ich habe ja gesagt, dass wir uns keines machen. Sorry, aber ganz ehrlich. Was haben wir in den letzten Wochen gelernt? Wo ein Arbe ist, da kann auch Blödsinn passieren. Ah ja, das trifft es auch ganz gut. Wo ein Arbe ist, da ist doch ein sehr krummer Weg. Ja, leider. Also ich weiß nicht, Arbe ist, mir ist er sehr suspekt. Ich meine, er hat nicht gerade wenig für Japan getan. Also die Arbenomics und so weiter ruht ab. Er hat ja auch den Tourismus ganz gut angekurbelt. Also als Wirtschaftszweig etabliert. Aber was er so in den letzten Zeit gemacht hat, nicht gut. Aber gut, ich gehe von aus, er wird noch ein Jahr dran. Ich würde auch generell, würde ich in dem Fall jetzt sagen, sollte man das Rentenalter vielleicht von den Staatsanwälten gar nicht erhöhen. Also selbst wenn man jetzt halt sagen würde, wir machen das jetzt auf 65, aber halt, wir lassen diesen Schritt weg, dass wir nur bestimmte halt mitnehmen, sondern halt dann jeden lassen. Ich würde sagen, dass man das halt generell nicht erhöhen sollte, weil ich glaube, ab einem gewissen Alter, gerade so in dem Bereich, werden diese Anwälte vielleicht auch irgendwann voreingenommen. Also irgendwann ist halt auch einfach die Zeit vorbei. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Gut, Problem ist natürlich auch bei der Staatsanwaltschaft. Die haben halt ein Nachwuchsproblem. Damit akkondentiert aber ja auch. Das ist halt, ja, wir brauchen halt Staatsanwälte für das System. Problem bleibt aber wirklich, irgendwann wird man betriebsblind. So, und je nachdem, wohin man eben seine Fahne im Wind hat, kann das für manche Leute schon ganz schön böse ausgehen. Und Japan, wir wissen, man landet schneller im Gefängnis, als man manchmal gucken kann. Das ist bekanntlich nicht so fernab von der Realität. Das Land hat nicht einfach so eine sehr hohe Erfolgsrate, wenn es mal um Ermittlungen geht. Ja, so könnte man das auch bezeichnen. Ja. Dann haben wir es, ne? Ja, dann sind wir eigentlich schon durch. Unser Podcast ist ja leider nicht so eine hohe Erfolgsrate. Bitte? Unser Podcast hat leider nicht so eine hohe Erfolgsrate. Ja, Leute, ändert das mal bitte. Nein, Moment. Letzte Woche wurde uns doch erst erklärt, uns gibt es gar nicht. Wir sind doch von den Retroloiden. Ach so. Ja, ja. Oh, Mann. Ja, liebe Leute, heute sind wir durch. Yay. Wir haben am nächsten Freitag für euch wieder ein tolles Special. Hört euch das an, das können wir euch wirklich sehr empfehlen. Und falls ihr das nicht hören wollt, hört euch das von letzter Woche an, weil das mit die deutsche Samurai war, ist wirklich sehr interessant geworden. Ja, also da stimme ich nur zu. Ich weiß, ich glaube, ich habe jeden mittlerweile in meinem Umfeld schon gelernt, dass er sich diesen verdammten Podcast anhören soll. Aber bitte hört ihn euch an. Ich stelle mir das gerade so vor. Denkst, grend los? Ey, du hörst es dir an. Oder es gibt Ärger. Hast du schon den Podcast über den Samurai gehört? Nein, dann hören die an. Und schmeißt du das Handy einfach so ins Gesicht. Ja, so das Motto. Ey, komm mal her, bück dich mal eben. Und dass du gleich im Kragen gepasst bist, bist du unten. Du hörst es dir jetzt an. Oh je. Nein, also ich kann nur bestätigen, der Podcast ist wirklich wahnsinnig interessant. Vor allem, wann kann man denn schon mal einen Samurai zuhören? Vor allem einen Deutschen, also den man auch versteht. Ich wollte gerade sagen, wann interviewt man schon mal einen Samurai, den auch jeder versteht? Äh, das macht man auch nicht allzu häufig. Nein, das war ja wirklich interessant. Nächste Woche haben wir das japanische Kulturministerium, äh, Quatsch, das japanische Kulturinstitut im Interview. Das ist auch sehr interessant, denn die meisten Leute... Beziehungsweise, wenn ihr das hört, diese Woche. Äh, ach ja, diese Woche, Entschuldigung. Ähm, weil es ist so, dass die meisten Leute wissen gar nicht, dass es das japanische Kulturinstitut gibt. Oder sie wissen nicht, was das japanische Kulturinstitut in Köln eigentlich macht. Das klären wir mal ein bisschen auf. War auch ein sehr, sehr lustiges Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten schaut bei Sumikai vorbei. Wir haben natürlich jeden Tag ganz viele News. Mittlerweile wird die Tendenz für Corona-News auch weniger. Äh, kein Wunder, Japan geht ja auch wieder in den Normalbetrieb über. Äh, bleibt gesund. Hört nicht auf irgendwelche Verschwörungsschmubbler. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, ja, bis dann. Tschüss. Genau. Tschüss.